Der Jugendchor ist ein Schulchor am Pestalozzi-Gymnasium. Wir haben ja mehrere Chöre hier, einmal den Kinderchor, den Jugendchor und auch den Jugendkammerchor. Im Jugendchor singen so durchschnittlich 80 bis 100 Schülerinnen und Schüler mit. Das variiert immer von Jahr zu Jahr und wir proben halt jeden Mittwoch 14.30 Uhr auf Weihnachten oder Sommerprogramm oder gesonderte Konzerte im Jahresverlauf hin. Für mich ist Chor ein großartiger Ausgleich zum Alltag. Man lernt neue Leute kennen, man singt zusammen. Singen ist eine gute Abwechslung zum stressigen Schulalltag und man arbeitet im Chor gemeinsam auf einen Auftritt hin und der wird dann am Ende auch belohnt. Wir singen auch nicht immer nur im Chor, wir singen auch einfach mal so im Alltag. Das haben wir uns erst durch das Chorsingen eigentlich angewöhnt, dass wir einfach mal anfangen zu singen und Spaß haben. Es tut gut neben der Schule halt auch noch was anderes zu machen und halt auch nochmal mit seinen Freunden nochmal gemeinsam mehr Zeit zu verbringen. Allgemein ist halt das Singen was anderes im Vergleich zum Alltag. Dem Chor macht auch noch aus, dass man die Möglichkeit hat, die anderen Jahrgänge besser kennenzulernen, denn der Chor hat ja ein sehr breites Spektrum von der 8. bis zur 12. Klasse und so wächst man eben auch als gesamte Schülerschaft irgendwie durch das gemeinsame Singen im Chor auch näher zusammen. Der Jugendchor ist für mich ein Lebensinhalt, eine Bereicherung, ein Aha-Effekt und ein jedes Mal Staunen, was man denn mit jungen Leuten erreichen kann und vor allem wie man es selbst auch prägen kann und auch geprägt wird. Und das nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich. Ich war selber Schüler am Pestalozzi-Gymnasium und war natürlich auch im Chor und da hat das Schüler sehr viel Spaß gemacht. Stimmgewaltig, ich war auch von der Liedauswahl, buntes Laboratoire, also war ganz, ganz toll. Also das besonderste Erlebnis war für mich persönlich die Johannispassion. Das ist einfach ein faszinierendes Werk, sehr schwer und das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass man das mit dem Jugendchor singen kann. Aber gemeinsam mit der Singer-Akademie war das möglich und das war wirklich ein Highlight. Für mich war das beste Ereignis im Chor, als wir Camina Burana gesungen haben. Unser bestes Chor-Erlebnis war definitiv Camina Burana. Also das coolste Projekt bisher im Chor, fand ich, war Camina Burana. Und das war einfach einzigartig. O salutes, et virtutis, vikingum contaria, est armentus, et defectus, semper in la gloria. O salutes, et virtutis, vikingum contaria, est armentus, semper in la gloria. O salutes, et virtutis, vikingum contaria, est armentus, semper in la gloria. Altyaz, et virtutis, vikingum contaria, stau SUV-إ hiper. Spark! Applaus